Anhand einer Messung möchte ich Ihnen nun die einzelnen Funktionen des Secure C200 erläutern. Die beiden Funksender sind in Betrieb, der C200 ist gestartet und wir sehen nun den Messbildschirm. Schalten Sie nun den Funkkopfhörer F8 ein. In der Bildschirmmitte sehen Sie den Ergebnisbereich. Hier wird die Qualität des Peaks, die Gesamtmesszeit sowie die berechnete Position als Abstand von beiden Messpunkten dargestellt. Rechts neben dem Ergebnisbereich sehen Sie die Schaltflächensender. Dort wird während einer Messung der aktuelle Pegel am 1. und 2. RT200 angezeigt. Die Anzeige wird regelmäßig aktualisiert. Wenn Sie auf die Schaltfläche tippen, öffnet sich der Dialog Sender. Hier sehen Sie nun detailliertere Informationen über die Funksender 1 und 2 in den rechten und linken Blöcken der Anzeige. Für jeden Sender werden angezeigt. Die Verbindungsqualität. Die aktuelle Lautstärke des Signals. Der Ladezustand des Akkus. Und der gewählte Bandpass. Ein Satellitensymbol informiert darüber, ob die aktuelle Position des Senders verfügbar ist. Im mittleren Bereich des Displays können Sie durch Tippen auf die Schaltflächen auswählen, welches Geräusch Sie am Kopfhörer verfügbar haben möchten. Es ist möglich, beide Geräusche gleichzeitig zu hören. In diesem Fall wird das Geräusch vom Funksender 1 auf der linken Seite der Kopfhörerseite und das vom Sender 2 auf der rechten Seite ausgegeben. Sie können sich aber auch für nur eines der beiden Geräusche entscheiden. Das ist besonders sinnvoll, um die einzelnen Ankopplungspunkte zu bewerten. Im oberen Bereich der Anzeige haben Sie die Möglichkeit, die Lautstärke der Geräuschausgabe zu verändern. Nutzen Sie die beiden Schaltflächen leiser und lauter, links und rechts neben der Balkenanzeige. Der prozentuale Wert ändert sich bei Ihren Einstellungen. Mit der unteren Schaltfläche schalten Sie den Kopfhörer stumm. Mit der Taste Zurück gelangen Sie wieder in den Messbildschirm. Vor Beginn einer Messung geben Sie zunächst die Rohrdaten ein. Unten rechts im Messbildschirm sehen Sie die Schaltfläche Rohrdaten. Hier wird eine schematische Darstellung der Messstrecke angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Rohrabschnitte. Im oberen Bereich sehen Sie wieder die schematische Leitungsdarstellung. Mit der Schaltfläche Plus können Sie weitere Rohrabschnitte hinzufügen. Der zur Eingabe der Rohrdaten aktivierte Abschnitt ist blau unterlegt. Tippen Sie auf den aktivierten Rohrabschnitt erneut, wird der Rohrabschnitt gelöscht. In der Tabelle darunter bieten Ihnen vier Schaltflächen die Möglichkeit zur Eingabe der Rohrdaten für jeden Abschnitt. Geben Sie zunächst die Rohrlänge ein. Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche Länge und geben Sie die Daten ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken. Wählen Sie nun das Rohrmaterial. Tippen Sie auf Material und wählen Sie das entsprechende Element aus der Liste aus. Ihre Auswahl wird direkt übernommen. Wählen Sie nun den Durchmesser der Leitung. Beachten Sie bitte, dass Sie hier vom Nominaldurchmesser der Leitung ausgehen. Tippen Sie nun auf Durchmesser und geben Sie die Daten ein. Die für diese Messung verwendete Schaltgeschwindigkeit wird Ihnen angezeigt. Bestätigen Sie nun Ihre Angaben mit dem grünen Haken und Sie gelangen in den Messbildschirm zurück. Über dem Ergebnisfeld sehen Sie die Schaltfläche Neue Messung. Tippen Sie auf die Schaltfläche und die Messung ist startbereit. Die Schaltfläche starten erscheint. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit der Messung zu beginnen. Sie sollen darauf achten, die Messung an einem möglichst leisen Moment zu starten, wenn zum Beispiel kein Fahrzeug am Messpunkt vorbeifährt oder keine Abnahmen in der Nähe des einen oder anderen Ankopplungspunkt zu hören sind. Die Schaltfläche ändert sich in Anhalten, während die Messung läuft. Im Ergebnisbereich sehen Sie nun, wie die Messzeit steigt, sich die Peakqualität entwickelt und welchem Abstand von den Messpunkten der berechnete Korrelationspeak entspricht. Sie können die Messung jederzeit mit der Schaltfläche anhalten, unterbrechen und mit Starten wieder fortsetzen. Im linken unteren Bereich des Displays sehen Sie die Schaltfläche Filter. Über diese Funktion erreichen Sie alle detaillierten Dialoge, die Ihnen bei der Optimierung des Ergebnisses helfen. Während jeder Messung berechnet der C200 regelmäßig optimale Filter für die jeweilige Geräuschsituation. Wenn Sie in den Dialog Filter wechseln, stellt das System Ihnen zwei automatisch berechnete optimale Filter als Vorschlag bereit. Tippen Sie auf die Schaltfläche, Sie gelangen in den Dialog Filter. In der oberen Hälfte des Dialogs sehen Sie nun die Filterbasis. Als Grundlage zur Auswahl sinnvoller Filter stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung, die Sie in den Einstellungen auswählen können. Wir empfehlen Ihnen als Werkseinstellung die Funktion der Kohärenz. Rechts neben der Grafik sehen Sie auf einer Schaltfläche die aktuell gewählten Filtergrenzen und darunter die Informationen über das aktuelle Autofilter 1. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, sehen Sie das Autofilter 2. Durch erneutes Tippen gelangen Sie zum manuellen Filter. So können Sie immer zwischen den Autofiltern und dem von Ihnen manuell gesetzten Filter wechseln. Unterhalb der Filterbasis sehen Sie die Korrelationsfunktion. Sie wird immer sofort auf Basis des ausgewählten Filters neu berechnet. Darunter finden Sie die entsprechenden Ergebnisinformationen, die Abstände von den beiden Messpunkten sowie die errechnete Qualität des Peaks. Damit haben Sie auf einen Blick die Möglichkeit, die Auswirkungen von Filter zu bewerten. Wenn Sie einen Filter manuell setzen möchten, stehen Ihnen dazu zwei Wege bereit. Durch Tippen in die Kurve der Filterbasis können Sie die Filter grob einstellen. Oder mit der Schaltfläche Filtergrenzen bis auf 1 Hz genau einstellen. Sie gelangen damit in den Dialog Filterzoom. Dort haben Sie die Möglichkeit, die Filterbasis auf den gewählten Ausschnitt zu zoomen. Damit erkennen Sie Optimierungspotenzial noch besser. Auch in diesem Dialog können Sie die Filtergrenzen durch direktes Tippen in die Filterbasis auswählen. Oder durch die beiden Schaltflächen obere und untere Filtergrenze präzise einstellen. Verlassen Sie den Dialog Filterzoom mit der Zurück-Taste. Ihre Einstellungen werden übernommen. Wenn Sie weitere Verbesserungen an Ihrem Korrelationsergebnis vornehmen möchten, steht Ihnen zusätzlich ein erweiterte Korrelationsdialog zur Verfügung. Tippen Sie in die Korrelationsfunktion, um diesen erweiterten Dialog zu öffnen. Sie sehen nun in der oberen Hälfte des Displays die Korrelationsfunktion. Diese große Darstellung erlaubt es Ihnen viel besser, auch kleinere Nebenpeaks zu erkennen. Sie können nun durch Tippen in die Korrelation direkt eine Markierung setzen und erhalten im Ergebnisbereich unter sofort die zugehörigen Daten des Nebenpeaks. Über zwei Funktionsgruppen gelangen Sie zu den Optimierungsfunktionen Peak-Unterdrückung und Schallgeschwindigkeitsmessung. Die Peak-Unterdrückung ist sehr sinnvoll, wenn Sie zwei Peaks in der Korrelationsfunktion sehen und einer von beiden mit der Position einer bekannten Schallquelle übereinstimmt, zum Beispiel einem Druckregler. Zur besseren Sichtbarkeit des zweiten Peaks können Sie den der bekannten Position ausblenden. Wählen Sie dazu die Schallfläche Peak-Ausblenden. Wählen Sie nun den Bereich aus, der nicht betrachtet werden soll. Tippen Sie dazu an zwei Stellen in der Grafik rechts und links vom auszublendeten Peak. Der ausgeblendete Bereich wird orange gefüllt und die Kurve wird neu berechnet. Der vormals kleinere Nebenpeak ist nun wesentlich deutlicher zu sehen. Mit Tippen auf die Schallfläche Peak-Einblenden machen Sie Ihre Auswahl rückgängig. Über die Schallfläche Schallgeschwindigkeitsmessung starten Sie die Funktion. Durch eine zweite Messung auf dem Rohrabschnitt, jedoch mit einer künstlichen Leckage, können Sie den Einfluss der Schallgeschwindigkeit vollständig ausschließen. Für weitere Informationen zu diesem Thema und zur Durchführung einer solchen Messung empfehlen wir die Severin-Seminare. Wenn Sie nun zurückgehen zum Messbildschirm, sehen Sie in der oberen rechten Ecke des Displays die Schallfläche Datei. Damit gelangen Sie in das Menü Datei, in der Sie die bearbeitete Messung speichern oder vorhandene Messung öffnen können. Wenn Sie auf Speichern tippen, können Sie zu Ihrer Messung eine Bemerkung hinterlegen. Wenn Sie Funktion Laden auswählen, können Sie im Speicher der Secor C200 abgelegte Messung öffnen. Sie können eine gespeicherte Messung aus der Liste durch Tippen öffnen oder einzelne Messungen löschen oder Funktionen zur Suche nach gespeicherten Korrelationen nutzen. Wenn Sie das Menü Datei verlassen, befinden Sie sich wieder im Messbetrieb. Im linken oberen Bereich des Displays sehen Sie die Schaltfläche Einstellungen. Auf dieser Schaltfläche finden Sie während einer Messung Informationen über die Wirkung der Störgeräuschunterdrückung, die Anzahl der durchgeführten Einzelmessungen sowie Informationen zum Ladezustand der Systemkomponenten. Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, gelangen Sie in das Auswahlmenü Einstellungen. Hier können Sie zwischen Einstellungen wählen, die die Messung betreffen oder auch allgemeine Geräteeinstellungen durchführen. Tippen Sie zunächst einmal auf die Schaltfläche Messung. In der Liste können Sie auf drei Seiten Messeinstellungen vornehmen. Auf der ersten Seite Allgemein haben Sie die Möglichkeit, das Einheitensystem zu wählen, die Störungsunterdrückung aus- oder einzuschalten, die Darstellung der Korrelationskurve zu ändern sowie einen Sperrfilter zu definieren. Mit der Schaltfläche File Up gelangen Sie zu den Einstellungen der Filterbasis. Hier können Sie bis zu zwei Kurven definieren, die in den Farbton Rot und Blau dargestellt werden, wenn Sie das Menü Filter öffnen. Auf der dritten Seite können Sie Standardmessvorgaben treffen. Diese werden Ihnen dann für jede neue Messung und jeden neuen Rohrabschnitt vorgeschlagen. Mit der Schaltfläche Zurück gelangen Sie wieder in die Auswahl der Einstellungen. Wählen Sie nun die Schaltfläche Gerät. Sie können an dieser Stelle Ihren C200 vielfältig einstellen. Auf der ersten von vier Seiten können Sie zuerst allgemeine Einstellungen vornehmen. Die ersten beiden Auswahlen Gerät ausschalten und Beleuchtung abschalten dienen als Energiesparfunktionen, falls nicht nach den eingestellten Zeiten eine Bedienung erfolgt. Wenn Sie die Displayhelligkeit nicht automatisch eingestellt bekommen möchten, öffnet sich die manuelle Helligkeitseinstellung. Auf der zweiten Seite stellen Sie Datum und Uhrzeit des C200 ein. Auf der dritten Seite können Sie regionale Einstellungen vornehmen. Auf der letzten Seite können Sie Informationen zu Hardware und Firmware abrufen sowie den Touchscreen neu kalibrieren, falls erforderlich. Wechseln Sie zurück in den Messbildschirm, nachdem Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben. Der Secor C200 – professionell, flexibel, intelligent.